Hallo und herzlich willkommen auf Nachtaktiv Gaming. Wir spielen heute It Takes Two. Das bin ich, Dennis aka Endboss und André aka Resturlaub. Wir wissen nicht allzu viel über dieses Spiel, außer dass man es nur im Koop spielen kann, so wie A Way Out. Es ist sogar, glaube ich, von den gleichen Entwicklern, was es sehr interessant macht, weil das A Way Out war tatsächlich ein sehr cooles Experiment. Das haben wir leider nicht aufgenommen, das ist ein bisschen schade. Aber gespielt haben wir es. Aber gespielt haben wir es. Und jetzt stürzen wir uns in ein neues Abenteuer in A Way, nee, It Takes Two. It Takes Two. Okay, let's go. Auf der Playstation 5. Ja, gibt es aber auch für PS4. Kann man mal angeben. Ja, kann man mal sagen. Kann man mal sagen. Okay. Wer keine hat, Pech gehabt. Die nächsten zwei Jahre. Wie war dein Tag? Great, der Toaster hat gebrochen und Rose hat ihre Vegetable zu essen. Ich habe die Untertitel ausgeschaltet. Weil ich habe gedacht, warum will ich bei deutschen Sachen in deutsche Untertitel? Jetzt raffe ich nichts. Rose braucht uns beide. Okay? Das ist nicht fair. Ich benutze sie. Ich benutze sie. Warum gehen wir einfach und erzählen, dass wir divorzieren. Oh, so wie das. Ja. May, das ist nicht so leichter. Lass uns nicht erzählen. Lass uns nicht erzählen. Lass uns Freunde bleiben. Ja. Lass uns Freunde bleiben. Ich liebe dich, Cody. Ich liebe dich auch, May. Armes Kind, wenn sie mit Holz und Lehm spielen muss. Aber kreativ, die sehen cool aus. Ja, ja, die sehen schon cool aus. Oh, wir dürfen uns Charakter aussuchen. Du bist zur Frau gleich gegangen, oder wie? Zum Mann. Gleich, guck lieber, guck lieber an eine Frau. Guck mal, dass du für eine fette Kartoffel bist. Digger, da bin ich doch hier lieber. Ich finde, kennst du den Film Caroline? Der ist von Tim Burton. Ja, ja, mit den Knopfaugen, ne? Ja, ja. Okay, ich bin May und du heißt Cody. Okay. Hey, Hany. Kann ich nur den Elefanten ein bisschen nehmen? Okay. Einen Elefanten hat sie auch. Wie alt ist sie denn? Zehn, Elf? Dann hat man noch so viele davon. Oh, sie trennen sich. Wahrscheinlich, oder? Ja, denke ich schon, oder? Ja. Also jetzt hier fängt direkt mit einem ernsten Thema an, oder was? Ja, direkt. Oh, die arme Kleine. Oha, cooles Zeiler. Mieses Schloss da. Einfach nur Burg. Kartoffelmann und... Kartoffelmann und... Schön geflüchtet. Ja, aber warum hat sie auch direkt so ein Ding unter ihrem Zimmer? Verstehst du? Ja. Aber sie scheint sehr kreativ zu sein, ja? Also sehr... Eine große Fantasy. Oh, kommt jetzt Magie ins Spiel? Da stößt sie sich nur den Kopf an. Nein, das sind Zaubertränen. Achso, okay. Zack. Zack. Und jetzt wächst die Kartoffel. Und hau den Eltern aufs Maul. Oh, da sind sie. Gib mir Schuhe. Haha. Okay. Sind die das jetzt... Wirklich? Sind die... Das weiß ich. Die tun einfach so. Ja. Wer ist Adam? Wie cool sieht das denn aus? Warum muss er Spanien sein? Wer heißt Dr. Haki? Dr. Haki? Und ist Spanien. Oder Mexikaner. Okay, ich muss aufwachen und tot. Ja. Sie ist einfach gesprungen. Oh, da ist sie. Oh, mein Gott. Du kannst hier nicht aufwachen. Genau. Okay. Das ist einfach. So, wie bist du aufwachen? Cody, May. Du bist hier, um zu verabschieden. Deine Verabschieden. Wir haben es einfach verabschieden. Ja, ja. Wir sind verabschieden. Haha, das alles gut. Nein. Ich werde dir helfen, um zu verabschieden. Jawohl. Okay. Okay, erzähl mal weiter dann. Dr. Haki. Er ist nicht schlecht. Dr. Haki. Okay, jetzt. Splitscreen. Okay, wir haben trotz allem Splitscreen. Okay. Ja, aber wir sehen tatsächlich. Gut, dass ich einen großen Fernseher habe. Das ist lustig, dass ich deine Perspektive auch sehe. Was ist das? Filzen? Flitzen? Was stand denn da? Filzen oder Flitzen? Ich habe es über Quadrat bestimmt. Bestimmt Flitzen. Was machst du denn da? Weil ich warte, ich laufe da. Komm her, ich komme mal mit. Ich weiß nicht, ob wir das müssen oder... Hast du mich hier rausgeschmissen? Aber wir können es auf jeden Fall. Nee. Nee, hier geht es nicht weiter. Müssen wir das oder können wir das nur? Das weiß ich nicht. Was passiert denn, wenn man hier runterfällt? Ich bin gerade runtergefallen. Ah, okay. Nichts. Danke. Nichts. Okay, was kann man noch? Ich bin hier durchs Loch gefallen. Ja, da bist du ja auch schon mal untergeschwungen. Oha. Haa. 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 Trickshot. Haa. Haa. So, warte mal. Was kann der denn? Hier, guck mal hier. Was ist das denn? Hier sind, da lebt einer. Guck, guck. Hallo? Hallo? Also Quadraten. Kreis ist... Kreis ist ducken. Ja, stimmt. Und wenn du läufst, dann... Eben bin ich auf dem Boden gerutscht. Wie habe ich denn das gemacht? Ähm, Viereck ist ja dieser Sprung-Ausweichstolle. Ah, wenn du Quadrat drückst und im Anschluss kreist, dann schlitterst du so auf dem Boden. Quadrat und Kreis. Ja, erst Quadrat und dann Kreis. L3 ist Sprint. Sprint ist auf jeden Fall sehr lustig bei mir. Ja, okay. Er erinnert mich an... Richtig schnell. An hier, den Disney-Film. Ja, 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 ja. Ähm, Vimex, ne. Ralf, Ralf, Ralf reicht's. Ähm, wenn du hochspringst und in der Luft dann Kreis drückst, machst du so einen Powerbomb. Kreis? Okay, Kreis, ja. Okay, Dreieck habe ich noch nicht rausgefunden. Vielleicht kriege ich den ja so hier raus. Nee. Okay, nee. Das funktioniert nicht. Das kleine Ding da. Gut. Dann lass uns mal... Okay, festhalten. Oh. Das war knapp. Was denn? Wir müssen ja hier zu unserer... R1-Tochter. Ja, okay. Hier müssen wir an den Hebel. Ich häng schon mal dran. Okay. Hey, May! Help me out! Oh! 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 Whoa, May! May, uh... Okay. Okay. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. What is going on here? Wir müssen ein lustiges Abenteuer werden hier. Hm. Sieht so cool aus, ehrlich. Ja. Oh. Wir müssen das mitnehmen, ne? Doch. Oder? Nee, nee. Wieder rein, wieder rein, okay. Okay, nein, es passt. Ja, eins ist da oben noch. Das läuft nicht. Einfach im Glas. Okay, ich komme. Ich helfe dir. Das ist hier hoch. Okay. Ich musste gerade die Dings machen, die... Diese Stampfattacke. Mhm. Alles noch mehr oder weniger zu toll. Woher hier... Ähm... Ich liebe so eine Games, ne? Mega cool. Mega jump and run. Bisher. Na, mega cool. Oha, cool. Ich mag's, wenn die so geile Ideen haben. So auch die... Ich finde... Hm. Ich finde so ein... Oh, falsche Tester. Ich finde so ein... Ein bisschen was auch... Also wenn LittleBigPlanet so eine... So eine Welt hätte, würde ich das noch geiler feiern, so. Ah, hier. Guck. Das ist ja... Ah, ich glaube, wir müssen das gleichzeitig... Beide, beide. Das ist erstmal gleichzeitig... Ja, warte. Nee, gleichzeitig. Ja, eins, zwei, drei. Springen... Um auf Oberfläche zu rutschen. Ich finde grafisch sieht das auch ganz geil aus. Ist schön. Das sieht mega cool aus. Ah, ficken. Springen und an Oberfläche rutschen. Also hier jetzt. Ja. Und jetzt weg. Ja. Oh, Kreißsäge. Da muss man... Aufpassen. Oh. Ich wollte mal gucken. Nein. Ich bin scheiße gesprungen. Go. Oh, ich bin schon wieder daneben gesprungen. Der Dicke springt irgendwie nicht so weit. Hä, jetzt ernsthaft? Ich springe dreimal daneben. Wie bescheuert bin ich denn? Jetzt habe ich es geschafft. Oh nein, jetzt direkt. Noch ein Sprung. Sag mal. Kann meiner nicht so weit springen? Du musst Doppelsprung machen und dann flitzen. Doppelsprung und dann flitzen? Ne, wie denn? Flitzen gehen wir? L3. Quadrat. Quadrat. Ach so. Ach so. Ich habe jetzt die... ...diese Rolle schon rübergeholt. Ne, du musst da über die Tunfischstoße. Ja, 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 ja. Genau. Okay. Vorsicht, da ist Strom. Okay, das geht nicht. Wo ist Strom? Hier ist Strom. Oh, steck mal rein. Jawohl. Oh, jetzt geht die Kreissäge los. Go. Das muss doch mega heiß sein. Ei, ei, ei. Jawohl. Haps. Nimm mal mit. Okay. Okay, this is the last one. Let's put it in. Oh, perfect. Let's go. Na, wenn das mal unsere Beziehung nicht rettet, da ist er. What? Was soll denn das? Was ist denn mit ihm los? Er ist so ein geheimer Bösewicht. Ja, das kann sein. Dr. Haki. Oh, those damn Fuses. Oh. May. There she is. Rose. Rose, darling. Oh. God, not you again. Oh, move out of the way, you stupid fuck. Yeah, get out of the way. I need to go and talk to my daughter. Just, your daughter? Oh, you talk like you own her. Ask yourself. Can you really own the people you love? You just let us through? Come on. I win. But first, there's someone I want to know me. Dr. Hakeem. Cha, 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 cha. Ta-da! Oh, what the? How was that? Okay. Why do I recognize your voice? What? No. We've never met. Sorry. Looks a bit like a vacuum cleaner. Denn es ist dein Vakuum-Cleaner! No, Vakuum! Was ist passiert? Was ist passiert? Das ist Cody. Du kennst dich. Du kennst dich. Oh, nein, das ist... Das ist du! Das war's du! Das war's du! Das war's! Oh, der ganze Schmutz! Oh, das hab ich gesucht! Das ist eine Batterie! Oh, der ganze Schmutz! Das ist eine Batterie! Oh! 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 Wichtiger Beef! Oh! Wichtiger Beef! Nein! Oh, Mann! Und der spuckt uns jetzt wieder aus. Ja, wir wollen noch zu dem Mädchen. Das wär auch zu einfach. Oh, hat der uns in den Garten geschmissen? Oh, Gott! Oh, Gott! Na klar! Du willst zurück in die Welt? Ja! Du willst mit deiner Tochter reden? Ja! Und du musst das Vakuum zusammenziehen! Ja! Wie er guckt! Weil du zwei musst lernen... ...Kollaboration! Das ist nicht unser starkes Punkt. Aha! Du weißt... ...Kollaboration ist der Punkt, ... zu einer erfolgreichsten Beziehung! Hä? ...Kollaboration! ... ... Du understand? ... ... I'll see you later, hasta la vista, good luck! A crazy book? I'll see you later. I'll see you later. Oh, guck mal, hier leuchtet was rot. Ne, das wollte ich doch nicht. Hä, wo denn? Was soll das? Da, aber hier links ist auch so eins gewesen. Bomben. Okay, wie gehen wir hier dann? Na, lassen wir uns einsaugen. Oh. Oha. Bauchklatscher. So, was ist das Note denn jetzt? Es taucht unter, wenn man näher geht. Ja, okay. Also hier gibt's auch nochmal so'n Sauger, Dennis. Ja. Den würde ich nicht nehmen. Wieso? Müssen wir da nicht hingehen? Achso. Ach, der schickt einen gegen die Wand, da, oder? Ja, hab ich eben schon leider erlebt. Das ist zwar... Ich dachte, der pustet nach oben. Warte mal, warte mal, hier. Warte, jetzt kann man... Warte mal. Nein! Achso! Jetzt, jetzt, jetzt! Ja, toll. Ich komme. Das ist mal schön verarscht. So, und jetzt ist das andersrum. Andersrum. Jawoll. Der hat Augen. Guck ihn dir an. Ja, Mann, der sieht aus wie so'n Fisch. Hat er sein Gesicht verzogen? Nee, nee. Schade, das wäre ein bisschen. Aber wo sind wir in dem Haus? Welcher Ort ist das? Keine Ahnung, aber ist das immer noch der Kellerraum vielleicht? Oha. Garage? Ich weiß auch nicht, wieso die dann so tief und hier unten Wasser und dann hier noch Holz? Lustig, dass alles lebt. Alles ist so'n kleiner Roboter. Oh, ich habe den Absprung verpasst. Du hast nur gewartet. Ja, ja. Entschuldige. So, jetzt. Hier nochmal ne Zäbe. Oh, warte mal. Der will uns doch hier verarschen. Ja, ja. Hier ist doch wieder was faul. Okay, nee, das ist das zum Einsaugen. Ich glaube, dass das relativ egal ist. Okay, dann. Wo der hin zeigt. Hier muss man Knopf drücken. Jo, bin durch. Jetzt änderst du wahrscheinlich die Richtung. Ja, jetzt tauschen die beiden die Richtung. Ah, ja, 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 ja. Okay, warte, ich mach. Ich ändere. Okay. So, was passiert jetzt? Jetzt bin ich jetzt in unseren Schalter. Das saugt mich ja auch ein. Da will ich nicht rein. Spring du mal. Ich bin daneben geschw... Ah, ich lebe noch. Oha. Das war geplant. Okay, let's go. Alter. Oh, 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 oh. Ich hab' gelenkt, Gott sei Dank. Ich auch, ich auch. Das ist ja mega cool, ey. Ich hab' schon mal erwähnt, dass ich ganz froh bin, dass ich so einen riesigen Fernseher hab. Das wirkt für mich jetzt, als ob ich auf einem ganz normalen Fernseher ohne Splitz spiele. Was ist das denn hier? Du musst hier durch. Ja. Was hast du losgelassen? So, bin durch. Ja, und jetzt? Ich muss das ausmachen. Komm nicht da. Oder was? Was? Ne, ich geh' da doch jetzt nicht durch. Jetzt, 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 jetzt. Ah, okay. Hier sind Kabel. Ja. Hier, äh... Hä? Ach so. Hä? Hier sind mehrere. Hier sind mehrere. Ja. Müssen wir vielleicht schnell sein? Guck mal, hier ist ein Knopf. Dann geht der Sturm vielleicht los. Dann muss der erste dahin, dann muss der zweite und der dritte leiten. Okay. Okay. Aber Holz leitet doch nicht, oder? Nicht doof. Okay, okay. Oh, jetzt muss ich schnell sein. Oha, das ist aber knapp da. Oha, gleich geschafft. Das war aber knapp. Junge. Oh, gleich beim ersten Mal. Jawohl. Achtung. Ja. Wieder zielen. Es ist mega gut gemacht. Das ist echt richtig cool gemacht. Jawohl. Zack. So. Ansprung. Jetzt erstmal hier in 2D-Abschnitt. Ja, auch mega cool. Ist ja geil. Ist das ein Toaster, oder? Nee. Zum Glück ist meiner nicht noch ein bisschen dicker, weil sonst könnte es eng werden. Ich seh nix. Das sieht gefährlich. Just time your jumps. Ja, ja. Just time your jumps. Jump and run, Profi. Ja. Hast du deinen Absprung verp... Nein, ich wollte mies schnell sein. Ich wollte richtig schnell sein, aber das hat... Mein Plan ist leider nicht aufgegangen. Ich... Ah, okay. Spring mal ran da. Okay. Ich wutsche aber hier ab. Also... Oh, das könnte knapp werden. Nee, passt noch. Ja. Okay. Und nun muss ich hier einen Knopf drücken, oder was? Ja. Ah, nee. Jetzt ist es automatisch. Ach du Scheiße. Ja, Lull. Du musst von links nach rechts... Obwohl, nee, jetzt habe ich dir ja den perfekten Weg gemacht. Ja, das war einfach nur Fail, weil wir einfach beide gleichzeitig in die Blöden losgehüpft sind. Okay, hier. Ohne zu gucken, dass wenn man links draus springt, der rechts verschwindet. Ja, hier muss einer stehen bleiben, einer muss hüpfen und der andere muss hier wechseln im richtigen Moment. Okay. Okay, rüber. Jetzt. Oh nein. Oha? Okay, habe ich noch. Was tust du da? Nein, okay. Ja. Okay, nochmal. Okay. Und jetzt. Und wieder jetzt. Los. Jawohl. Und... Sehr gut. Finish. Jo. So, das gleiche nochmal. Warte. Jo, okay. Und los. War überhaupt nicht knapp. Zu keinster Zeit war das gefährlich. Boah, schaffen wir den? Nee, okay. Guck mal, ich wollte schon direkt da links in diesen Trichter rein. So, schon geguckt, wo kann ich an die Wand, um da noch rüber zu bleiben. Ey, das sind automatische Staubsauger. Ja, auf jeden. Ja, auf jeden. Die sehen aus wie so eine, die sehen aus wie so eine Wassertiere. Mega cool. Ja, auf Fische. Was ich eigentlich auch ganz cool finde, dass das Spiel keine Items hat zum Einsammeln. So, weißt du, so keine Münzen, keine Geheimnisse. Man kann halt so die gesamte Umgebung einfach mega genießen, weil das ist mega stark gemacht. Guck mal, das sieht aus wie in einem alten Computer drin. Oder ist wahrscheinlich ein alter... Ja. Nee, okay, ist kein alter Computer, aber das sind alte Computerbauteile so. Ja. Du kannst das alles hier mega geil genießen, ohne dass du halt Angst hast, irgendeine scheiß Münze zu verpassen, weil du mega gestresst bist, weil du dir nach dem Level die nächste Waffe kaufen willst oder irgendwas upgraden willst. Ja, ich weiß, was du meinst. Und das ist halt mega cool. Also finde ich gerade mega angenehm zu spielen, das macht echt Bock. Ich geh den sicheren Weg. Ja, 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 ich hab auch schon. Okay, hier wird man eingesaugt. Achso, okay, hier muss ich reinspringen, ja. Jawoll, das ist ja schon easy, da sind wir ja richtig routiniert jetzt schon. Jawoll. So. Was ist das, ne Taschenlampe? Ja, Licht an, Licht aus. Warum, was? Den Sinn sehe ich da jetzt auch nicht. Man kann's halt. Einfach. Wie oft wird's noch gegentreten? Das ist ne Ravität, glaub ich. Hey. Kuckuck. Kuckuck. Komm raus da. Oha. Ah. Alter, hat der uns verarscht? Oha. Hat der uns gesnackt? Warte mal. Und jetzt komm ich. Nee. Funktioniert nicht. Der macht uns einfach fertig. Ja, okay, tschüss. Wie wir auch einfach beide gleichzeitig von ihm gekillt wurden. Ja, das war geil. Okay. Ja, darüber. Gar nicht so einfach, dieses Springen, wenn man schwebt. Achterbahn. Ja, das ist mega gut. Wenn das Spiel diesen Maßstab halten kann, dann mega. Wenn du den umschaltest, sag eins, zwei, drei. Muss ich nochmal umschalten? Ich seh kaum was. Nee, nee. Okay. Finde Cody, ja, okay, R3. Ich hab ihn gefunden. Pass auf. Jetzt dreht sich das da, weil ich hier... Warte, warte, warte. Oha. Ich muss da... Warte, warte, warte. Ich muss auf den einen rauchen. Kann dir den... Ja, ja. Langsam. Okay, warte, ich springe. Okay. Ich muss mich bestimmt ducken. Oha, nicht so schnell. Oha, das war knapp schon. Okay, ich bin sieben. Das ist gar nicht so einfach hier, diesen Staubsauger hier. Das sieht aus, hat auch so ein bisschen was von Alice im Wunderland. Ja, ja. Wie diese Viecher so aus. Einmal der riskanten Weg. So. Einer muss wahrscheinlich mitfahren, oder? Muss einer mitfahren? Ich versuch... Vielleicht musst du da in den... Ach so. Oder sterbe ich jetzt? Ich sterbe jetzt. Nein, Digga, du musst dich da draufstellen. Ja, aber wofür? Nach links, links, links. Aber dann musst du ganz schnell sein und das Ding hoch machen. Oha. Hab ich. Ja, nicht schlecht. Jetzt? Was habe ich denn gemacht? Das ist andersrum. Ach so. Du hast halt auch umgedreht. Ah, jetzt bin ich hier. Oh, jetzt gehen wir an... An... Jetzt gehen wir andere Wege, oder wie? Wir sind jetzt an. Ja, du bist ja drüben. Kann ich winken? Nee. Jetzt hab ich was, Alter. Jetzt hab ich was gedrückt. Was? Oh. Oh, das sieht nach Timing aus. Das sieht nach irgendwas mit Timing aus. Nein! Nein! Ja, tot. Okay, warte mal. Warte mal. Ich hab hier einen Staubsauger. Ich hab's noch nicht verstanden, was wir genau machen müssen. Ah, warte mal. Guck mal, ich hol diesen Staubsauger da immer tiefer runter. Jetzt müsstest du rieberspringen können. Ja. Ja. Okay. So, da hat das jetzt grad keinen Sinn gemacht, was du da gemacht hast, oder wie? Nee, keine Ahnung. Hab ich auch nicht verstanden. Oder wir haben irgendwas unterbewusst geschafft. So, kommt jetzt der Endboss. Ja, alter. Jawoll, moin. Der ist sauer. Mhm. Guck mal, seine Arme. Ja. Das sind die Kumpels. No, you will both die. No, wait. I can still fix you. I can make you work again. No more lies. No, 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 no. She's right. She's an engineer. A really good one. You are. You're very good. Ha. Hey, back up. Da ist er. Are you really gonna believe that, huh? Because I would not. Oh, don't listen to him. Once I get my real body back, I can fix you. Oh, is that so? Then why did you buy the expensive Turbo X 2000, huh? Hey! What? You've replaced me with the Turbo X 2000? Oh, I'll show you who's the best sucker. Okay. Jetzt will er es uns zeigen. Oh, wir haben jetzt Leben. Oh. Oh, ist das ein wichtiger Bosskampf jetzt. Oh, shit. Ja, aber was? Aber was können wir machen? Ja, das werden wir noch herlaufen. Okay, man kann die Sachen nicht zurückschießen. Doch, doch, doch. Oder? Man kann nicht zur... Hier ist doch was. Ich hab... Ah, mit den Dingern vielleicht. Ja. Du saugst dir ein und ich schieße ihn auf ihn rauf. Okay. Ich treffe ihn noch nicht. Muss ich... Nein. Jetzt ist es vorbei. Okay, aber jetzt wissen wir es. Okay. Ja. Okay, weil ich hatte gehofft gehabt, dass ich die irgendwie so wegtreten kann. Wir müssen dich da hier vorne hinlaufen, Dennis. Okay. Dann kann ich die besser einsaugen. Jetzt hast du mich eingesaugt. Du musst die Dinger doch, oder? Ja, warte. Ja, jetzt kommt es. Das meinte ich doch. Jawohl. Jawohl. Funktioniert. Deswegen ist es immer gut hier vorne zu stehen, wenn der schießt, dann kann man die am besten einsammeln. Und so hier so. Aber du musst sie doch mit dem Sauger ansammeln, oder? Ach so. Ja, aber der ist nicht so lang. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, okay. Er schießt die Dinger auf uns. Da, okay. Genau. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Die Dinger sind halt nicht so lang. Okay, alle eingesaugt. Ja. Und wir haben ihn auch gut beschossen. Ja. Oh, jetzt passiert was Neues. Ähm, und jetzt? Oha. Ähm, ja. Rume, was ist denn mit dir jetzt nicht hin? Oh, was bist du denn? Alter, was ist denn jetzt los? Oh Gott. Ohohohohoho. Okay. Ja. Hast du auch mit Cheeseburger? Ja, ja, ja. Wenn du so weit bist, sag Bescheid. Okay, Feuer. Und? Lutsch, lutsch, lutsch. Alles aufgewischt. Jawohl, in seinen Mund. Ja, einmal noch. Er wirft mit Staub. Oder Steinen. Oder wo hat er das alles her? Oh. Der hatte mich gekillt. Du hast aber immer noch volles Leben. Ja, ja. Weil ich gerade wiedergekommen bin. Jetzt ist es vorbei. Ja, jetzt haben wir ihn. Ja, bumm, bumm. Oh, Finishing Move. So wie von Quartos. Äh, nicht in die Augen. Oh no. In sein Auge. Stopp, Saugerfisch. Korallensauger. Klatsch. Oh, damn vacuum. Come on. We have to find Rose before she leaves. I hope she knows what's happened to us. Well, she must know something. I mean, she made these dolls. She made these? Yeah. Well, why did she make them look like us? I don't know. Why didn't you tell me about them? Well, why would I? She's a kid. She plays with all kinds of stuff. Hm. I suppose so. Well, come on, let's find her. Okay, warte mal. Findest du, dass die Puppen so aussehen wie ihre Eltern? Hm. Nee. Nee. Ihr Vater ist doch gar nicht so dick. Ja. Und die Mutter hatte die blaue Haare? Nee, das ist nicht, aber ich... Nein.